Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wissen Sie was? Jetzt reicht es mir aber. Nein, das ist nicht das, was ich Ihnen jetzt sagen wollte, sondern das ist der Titel des neuesten Buches unseres heutigen Gastes, Robert Beetz. Robert Beetz, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir zusammen sind. Und ich mir auch. Ja, und es geht um ein Thema, das uns eigentlich alle betrifft, um Wut, um Ärger, um Aggression. Und diese Gefühle haben ja meistens mit unseren Mitmenschen zu tun. Und deswegen geht es vor allem darum. Ich glaube, ich muss Ihnen, meine Damen und Herren, Robert Beetz nicht mehr vorstellen. Er ist Bestsellerautor, Diplom-Psychologe. Er hat gerade sein 20-jähriges Jubiläum als Autor und sein 10-jähriges Jubiläum als Referent gefeiert. Umgekehrt. 20 Jahre Vortrag. Perfekt. Können wir nochmal anfangen? Nein, es ist ja leid. Okay. Ist okay. Ist aber in Ordnung. Ja, und du bist unglaublich fleißig, viel unterwegs, füllst die Säle nach wie vor. Ich finde das ganz großartig, dieses Durchhaltevermögen einfach weiterhin immer wieder heilsames Wissen weiterzugeben. Das muss ich einfach mal anerkennen. Ich finde das toll. Danke dir herzlich. Aber es macht Freude einfach. Letztes Mal waren wir noch per Sie, wir sind noch per Du, weil wir sich wohl unterhalten haben, über die Materie. So ist es. Viel passiert in der Zwischenzeit. Und ja, es geht um Wut, es geht um Ärger und es geht um Menschen, die das auslösen. Und diese Menschen hast du mit einem sehr herrlichen Wort betitelt. Es sind die Arschengel. Ja, erstmal für alle anderen erstmal die Gefühlsknöpfe drückern. Ja. Das heißt also, wie wir sagen, unsere Sprache, der hat jetzt mal einen Knopf gedrückt. Und Arschengel komme ich später zuerst mal den Gefühlsknöpfe drücker, dass die Leute wissen, wieso Knöpfe drücker, dass es tatsächlich auch energetisch etwas ist, wo wir darüber reden können, dass jeder Mensch seit der Kindheit an einer Reihe von Knöpfen, bildlich gesprochen, installiert hat, circa acht. Und dass jeder Knopf für ein Gefühl steht. Und da gehört, das größte Knopf ist die Angst. Und dann kommt Ärger und Wut. Und dann haben wir Ohnmacht und Trauer und Neid und Eifersucht und so weiter. Das heißt, wir haben seit Kindheit an, haben wir Gefühle erzeugt durch Gedanken wie, ich bin nicht gut genug. Dieser Gedanke erzeugt zum Apple Scham und Kleinheit. Oder der Gedanke, ich habe viele Fehler gemacht. Und dieser Gedanke erzeugt Schuldgefühle. Und wir bekamen keine Anleitung im Umgang mit diesen Gefühlen. Also sind diese Gefühle letztlich in uns geblieben. Und über 10, 20 und 30 Jahre und mehr riecht letztlich jeder Mitmensch, besonders die, mit denen wir sehr eng zusammen sind, wie die Partner und Kinder und sonst wie und Chef und Kollegen, da ist ein ganz großer Angstknopf oder ein ganz großer Wutknopf. Und die drücken dann mit irgendeiner Bemerkung oder mit einem Verhalten drücken die dann unbewusst unseren Knopf. Und dann sind wir, manchmal wie ein HB-Männchen, regen uns tierisch auf und der andere weiß oft gar nicht, was ist los. Ja, manchmal weiß er es, weil er so gehofft hat, dass der andere sich aufregt, aber viele auch in Firmen, in Arbeitsplätzen regt sich einer auf und der andere fühlt sich tatsächlich unschuldig. Und Arschengel heißt einfach, unser Kopf sagt, dieser Idiot von Kollege oder von Chef, der mich nicht anerkennt, dieser Sohn, der nicht aufräumt oder eine faule Sack ist, ja, nicht das tut, was ich gerne hätte oder die Tochter, die nicht aufräumt und so weiter, der Partner, der fremd geht, das ist doch ein Idiot. Oder einer, der mir Leid verursacht. Und ich sage, wenn wir es beobachten, und das wollen wir heute Abend einige besprechen, dann sagt er, letztlich ist das ein Mensch, der unbewusst eine hilfreiche, dienende Funktion hat. Das Herz sagt, er ist ein Engel, der Kopf sagt, er ist ein Arsch. Ja, also ein Hybrid, würde ich mal sagen, wie bei unserer Automobilindustrie, ja, einerseits für den einen, ja, für den einen Teil in uns Arsch und für den anderen Engel. Und ich wünsche jedem, dass er bei seinen Knöpfe drücken, liebevoll erkennt, woher die die Macht haben, deinen Knopf zu drücken. Also der erste Schritt wäre, bist du bereit, lieber Mensch, zu schauen, welche Gefühle du unterdrückt hast, die in dir gebunkert hast und mit denen du das Leben läufst. Du hast schon angedeutet, wir werden uns heute auch um Themen und Fragen kümmern. Und meine Damen und Herren, Sie können tatsächlich Fragen stellen. Unter dem Video ist so ein Chatfenster. Da schreiben Sie einfach Ihre Frage rein. Sie können Ihren Namen eintragen oder auch anonym, fühlen Sie sich da ganz frei. Wir werden die interessantesten Fragen hier live sozusagen bearbeiten. Und wir freuen uns über gute Fragen, über konkrete Fragen, die die Sache etwas spannender machen. Ja, und okay, das heißt, da sind so Gefühlsladungen oft in uns, die eine ganz schöne Energie haben. Wo kommt denn die Energie her? Ist das eine gebunkerte, festgehaltene Energie? Ja, so habe ich es angedeutet schon. Das heißt, wir sind von außen aus Gefühls Menschen. Die meisten wissen aber nicht, woher Gefühle kommen. Die kommen nicht vom Himmel gefallen, sondern wie eben gesagt, wir erzeugen sie. Wir erzeugen sie vor allen Dingen durch sehr viele verurteilende, negative Gedanken über uns, über die anderen, über das Leben. Aber wir fangen immer bei uns an. Wenn ich sage, die meisten haben selber über sich gerichtet, sie haben einen inneren Kritiker und Richter und haben eine Menge Gedanken in sich, mit denen sie sich selber abwerten. Das Wort nicht genug, ich bin nicht genug, ich bin nicht fleißig genug, nicht ehrlich genug oder nicht attraktiv genug, nicht erfolgreich genug, nicht diszipliniert genug, nicht dünn genug und so weiter, kann jeder unserer Zuschauer selber spüren. Sagst du zu dir, ich bin wunderbar, ich bin in Ordnung und so wie ich bin, liebe ich mich. Da sagen die Leute, boah, ja von wegen. Und das nenne ich den Krieg mit mir. Ich liege, die meisten Menschen liegen im Krieg mit sich. Heißt, sie verletzen sich selber durch ihre abwertenden Urteile. Aber das löst wieder Scham und Schuldgefühle aus. Und damit kann keiner ehrlich rumklappen. Komm, einer kommt nach Hause und sagt, du Schatz, ich habe mich heute so geschämt. Können wir über eine Scham reden oder sowas? Ja, sondern das wird verdrängt. Sondern sie behaupten, dass die meisten Menschen ihren Ärger runterschlüpfen, Wut unterdrücken, so tun als ob. Und dann, wenn sie merken, ich leide unter meiner Wut, das dann projizieren. Sie suchen sofort einen Sündenbock oder einen Arschengel, einen Arsch oder ein schwarzes Schaf. Und es gibt kaum eine Familie, in der es keinen Sündenbock oder kein schwarzes Schaf gibt. Da kann sich jeder fragen. So die Großfamilie mit Onkel, Tanten, Neffen, Nichten. Da gibt es immer ein, zwei Idioten, auf Deutsch gesagt, in Anführungszeichen, wo die Leute sagen, wenn die nicht wären, dann ging es uns besser. Das ist eine alte Angewohnheit. Also ich lade hier ein, zu Ehrlichkeit, zu dem Mut, zu Ehrlichkeit, wirklich hinzugehen, was denke ich über mich? Denn das, was ich über mich und auch über das Leben denke, das produziert meine Gefühle. Auch über das Leben hat kaum einer einen positiven Gedanken. Im Sinne von, das Leben ist wunderbar. Wir denken, das Leben ist ungerecht, Kampf etc. Kein Wunschkonzern. Und dadurch produzieren wir unsere Gefühle, wissen aber nicht, wie wir mit Gefühlen umgehen. Darum wollen wir heute Abend reden. Und wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie ich eigentlich fühle und denke, dann hilft mir tatsächlich zu gucken, wer ist denn mein Arschengel? Wo reagiere ich besonders intensiv? Ja, und wo wiederholen sich die Dinge vor allen Dingen? Denn der Arschengel, und das ist die Grundaussage des Buches, wie gehe ich damit um? Erste Frage bei jedem Knöpferdrucker oder Arschengel, ob privat oder am Arbeitsplatz, welches Gefühl löst er oder sie in mir aus? Und da werden viele feststellen, der eine sagt zwar Wut, ja, Wut eines, aber ein zweites Gefühl ist bei den meisten dabei, das ist die Ohnmacht. Und das ist den meisten nicht bewusst. Ich lade jeden ein, zu spüren, welcher Mensch löst denn neben der Wut auch die Ohnmacht und Hilflosigkeit, die Kleinheit aus, bis zu Scham. Und ich sage, diese Gefühle, ob Wut, ganz besonders Ohnmacht, Scham, Kleinheit, sind seit unserer Kindheit in uns gebunkert. Denn wir waren objektiv 15 bis 20 Jahre in Abhängigkeit, ohne Macht, ja, wir waren mentale Abhängigkeit, physische Abhängigkeit, emotionale Abhängigkeit und finanzielle Abhängigkeit. Und diese Geschichte ist in uns gespeichert. Und die Frage ist, hier ist eine der wichtigsten Fragen für den Friedensprozess, wie stehe ich, wie fühle ich und wie denke ich bis heute über die Schlüsselpersonen meiner Kindheit? Vater, Mutter, Bruder, Schwester. So, und ich frage jeden Zuschauer, bist du mit diesen vier Personenkategorien, hast du mehr Geschwister vielleicht, wirklich im Frieden? Dankbarkeit, verbunden, Herz und eine Seele, ja? Und da werden sie sagen, der Arsch vom Bruder, dem kann ich noch nicht vergeben. Ja, und das, wenn ich heute... Sich das genau anschauen. Ja, wenn ich heute mit meinem Vater nicht im Frieden bin, dann schreib dir auf, was wirfst du ihm vor, was wirfst du deiner Mutter vor? Er hat mich nie aneckert, er hat mich nie umarmt, er hat mich immer geschlagen oder sonst was, ja? Ja, diese ist eine Wunde, die in uns gespeichert ist und das Leben sagt, das ruft nach Heilung. Ich schicke dir jetzt Stellvertreter, zum Beispiel deinen Chef oder den Nachbarn, den lauten, oder einen Aggressiven in der Schule oder sonst wie. Damit du aufmerksam wirst auf diese nicht geheilte Wunde, bring das in Frieden. Das heißt, die meisten Arschengel sind, ich sag mal, Sekundärarschengel. Die Primärarschengel sind Vater, Mutter, Bruder, Schwester oder irgendein anderer, der in der Kindheit da war. Das ist ja eigentlich eine positive Aussage. Das heißt, das Leben ist schon bestrebt, mich in Harmonie zu bringen und meine Seele will heilen. Und deswegen begegnen mir immer wieder diese Menschen, diese Themen als Chance. Richtig. Das Leben strebt immer nach Ordnung eines Systems. Wir sind ein Energiesystem, wie auch eine Partnerschaft, eine Familie, eine Firma, eine Abteilung immer ein Energiesystem ist. Und das Leben sagt, bring Ordnung da rein. Wir wollen einen möglichst großen Energiefluss haben. Und wenn ein Nein da ist, wenn Krach da ist, wenn Ablehnung da ist, dann fließt Energie nicht, dann haben wir eine Energieblockade. Und das Leben stößt uns darauf hin, bringt das in Ordnung, dann fließt Energie. Mach Frieden. Frieden ist Ordnung. Und Frieden in mir, ob mit mir, meinem Bruder, meinem Ex-Partner, ist nicht Ordnung. Heißt, ich habe eine Energieblockade. Und das nimmt mir Energie. Unterdrückte Wut, unterdrückte Ärger nimmt unendlich viel Lebenskraft. Du hast ja geschrieben, das ist auch ein Buch über die selbst geschaffene Hölle und wie wir da wieder rauskommen. Also da sieht man schon, was für ein Gewicht das eigentlich hat, wenn man es sich wirklich ansieht. Ja, ich sehe die Welt als einen großen Kindergarten. Für mich ist die Welt voller natürlich erwachsener Menschen, aber auch voller verletzter, enttäuschter, gekränkter, beleidigter Kinder. Und für diese Kinder in uns dürfen wir die Verantwortung übernehmen. Heißt, für ihre Gefühle. Das Kind konnte damals nicht sagen, oh Papa, ich ziehe mich zurück, ich muss gerade meine Wut fühlen. Das kann kein Kind. Aber wir können heute, und viele glauben es noch nicht, dass dieses Kind wirklich lebendig in uns ist, wir können heute uns hingehen, uns zurückziehen und sagen, Ich gehe jetzt mal 20 Minuten nach innen und fühle. Ich fange an nur zu fühlen, wie fühlt sich der Körper an, wie fühlt sich meine Wut an oder meine Kleinheit, meine Ohnmacht. Wir können das fühlen und das macht meine Transformationstherapie über die Meditation, hier zum Beispiel Frieden mit meinen Arschengeln. Dort begegnest du dem Chef oder deinem Partner oder Ex-Partner oder deinem Sohn, den du nicht verstehst, mit dem du Krach hast und fühlst von innen. Heißt, du lernst fühlend mitgefühlt. Du lernst fühlend, ihn zu verstehen, wie sieht es in ihm oder in ihr aus. Und das ändert den kompletten Blickwinkel. Du kannst letztlich dann diese Urteile nicht mehr aufrechterhalten nach dem Motto, der will mich, der will mir was. Die meisten Menschen werden erkennen, der andere, und das glauben die Kopfe nicht, kann gar nicht anders. Heißt, ich behaupte, deine Mutter, dein Vater, dein Partner, dein Ex-Partner, wie auch immer, sie können und konnten nicht anders, als sie gehandelt haben. Ja, das war so wie ein innerer Zwang, genauso wie wir selber, möge sich jeder fragen, es genauso gemacht haben, wie wir konnten. Oder anders gesagt haben, wir konnten nicht anders. Positiv gesagt, wir haben alle unser Bestes gegeben. Und das darf jeder überprüfen. Schön. Ja, wir gehen mal gleich in die praktischen Fragen rein. Grundsätzlich aber noch eine Frage vorweg. Du hast es schon angedeutet. Also einer der wichtigen Schritte scheint zu sein, wenn ich eine Konfrontation habe und würdend bin auf dem Chef, dann ist der erste Impuls vielleicht, ihn anzubrüllen. Aber das ist wahrscheinlich nicht das Richtige, sondern erstmal mich zurückziehen und fühlen, wie geht es mir. Privat brüllen wir oft. Mit dem Chef überlegen wir das dann schon. Und ich sage, nein, das Brüllen, das machst du nur Porzellan kaputt. Ich sage, die Wut macht blind. Und dann sagst du etwas, was du am nächsten Tag oder zwei Stunden später schon bereust. Das willst du nicht. Ich empfehle eine Form des Rückzugs im Moment. Ich sage, Schatz, wenn es um einen Partner geht, ich brauche jetzt Zeit. Ich gehe raus. Wenn es in der Firma ist, gehe ich aufs Klo. Die Toilette und das Auto sind oft die einzigen Plätze, wo ich allein mit mir sein kann. Und nehme mir zumindest fünf Minuten Zeit, um zu fühlen, was da ist, um zu atmen und zu spüren, wie meine Wut mich beherrscht. Und wenn ich hier hingehe und mich dieser Wut gegenüber als Schöpfer zeige, im Sinne von, du bist meine Wut, ich habe dich erschaffen. Und jetzt nehme ich mir ein paar Minuten Zeit, um dich zu fühlen. Ist das die entscheidende Änderung, dass nicht die Wut mich beherrscht, sondern ich diese Wut bejahend fühle. Also nicht verdrängen, aber auch nicht pushen, sondern fühlen, zulassen. Ja, ganz bewusst. Erstens wahrnehmen, was ist denn da in mir. Und die meisten werden Enge im Hals, Unruhe, Zittern und sonst was spüren. Alles darf da sein. Ich atme und fühle das Zittern, die Enge, die Spannung. Und zweitens, all meine Wut darf jetzt da sein. Und die werden dann merken, die hat bestimmte Orte. Wut ist zum Beispiel im Kiefer. Wut ist unterdrückte Wut bei Migräne. Wut steckt im Kiefer, in der Spannung. Wut steckt im Bauch. Wut steckt in Muskeln. Dort auch viel, viel Wut gespeichert, gebunkert und macht auf Dauer krank. Wenn wir, egal ob wir es rausknallen, dann machen wir Porzellan kaputt und haben Konflikte über Konflikte. Und wenn wir es verdrängen, ist es sehr stark gebundene Lebensenergie und das erschöpft auch sehr. Kann krank machen. Ja, viele, viele Krankheiten. Gerade auch viele Muskelkrankheiten. Aus Wut entsteht ganz viel Krankheit und Leid. Okay. Ja, jetzt habe ich mir eine. Wir haben vorher schon einige Fragen von Ihnen, von Euch bekommen. Aber wie gesagt, nutzt die Chance. Jetzt können Sie, jetzt könnt Ihr Fragen stellen. Wir sind für Euch da. Dörte fragt. Wie schaffe ich es, dass ich erst gar nicht wütend werde, wenn bei mir Knöpfe gedrückt werden? Wie schafft man es, sich nicht provozieren zu lassen, wenn man beleidigt oder verbal angegriffen wird? Ja, ist das überhaupt zu schaffen? Nein. Erstmal, sie möchte natürlich, dass es mal eine Änderung kommt. Die möchte, dass sie aus dem Kreislauf herauskommt. Aber sie hat noch nicht gesehen, wie kann ich das machen. Erstmal gilt es erst anzukennen, in mir, der Dörte, ist Wut. Und dafür, wie ich eben sagte, gehe ich hin und sage, ich erkenne das an und nehme mir Zeit. Für dich meine Wut. Die Wut, wie die Angst, die Scham, die Schuld, ist mein Baby, meine Schöpfung. Und was will diese Schöpfung? Sie wünscht sich von mir, bejahend gefühlt zu werden. Gefühl heißt, gehe hin und fühle. Und es heißt nicht Gedränge. Sonst würde ich sagen, sonst hieß das Gefühl nicht Gefühl, sondern Gedränge. Ja, wenn das angemessen wäre. Sondern ein Gefühl kommt in Fluss. In Englischen sagen es auch, Emotion heißt das, eine Energie, die sich bewegen will. Solange ich sie aber raushaue, dagegen gehe, ist es ja ein Nicht-Annehmen meines Gefühls, wenn ich es projiziere und sage, du bist der Arsch, du hast mich wütend gemacht und so weiter. Dann kann sie nicht in Fluss kommen. Dann blockiere ich sie weiter. Ein wütender Mensch, der kommt, bringt keine Energie in Fluss. Er bringt Dinge zum Explodieren. Je länger Wut unterdrückt werden und das nie anerkannt wird, das ist selbst die Ursache für Terroristen. Wir haben hier den München-Terroristen gehabt, der hat biografisch genau beschrieben, was da passiert. Ein so kleines Selbstwertgefühl, immer wieder gemobbt und dann einmal sich ermächtigt, die Sau auszulassen. Eine Explosion. Genau, buchstäblich eine Explosion. Und das passiert im kleinen Rahmen bei anderen auch. Sie machen dann Porzellan kaputt. Es herrscht Unfrieden in unseren Firmen, in vielen Familien und so weiter, weil das nicht erkannt wird. Die Verantwortung für meine Wut, egal was passiert ist in der Kindheit und später, da ist Betrug und Verletzung und sonst was alles passiert, eine tiefe Kränkung. Aber diese Kränkung kann ich heilen, die Verletzung kann ich heilen, solange ich nicht hingehe und sage, es ist meine Kränkung. Und wie habe ich über mich gedacht? Gerade das Thema Verlassenheit auch. Ganz viele, was Partnerschaft und Ex-Partnerschaft angeht. Da wird jemand, ein Mann, eine Frau verlassen oder die Liebe wird nicht erwidert. Und ich sage, wie oft hast du dich selbst verlassen und verlässt dich im Alltag selber? Kannst du dich auf dich verlassen? Hörst du auf dein Herz? Was? Folgst du deinem Herzen und kannst auch Nein sagen, wenn was nicht stimmt? Wie oft haben wir uns selber betrogen, indem wir gesagt haben, ja, obwohl mein Herz sagt, das stimmt eigentlich nicht. Und das nenne ich den Betrug am eigenen Herzen. Und da darf ich mich nicht wundern, dass im Außen das Spiegelbildliche geschieht. Dass ich verlassen werde, wenn ich mich verlassen, dass ich betrogen werde, wenn ich meine Wahrheit nicht lebe. Und da ist das Leben sehr genau. Da hast du auch spannende Beispiele in deinem Buch genannt, was mich zum Beispiel auch beeindruckt hat. Es gibt Menschen, die regen sich total auf, wenn jemand anders einfach laut ist und hier selbstbewusst über sich erzählt, über alle Tische hinweg. Und der Spiegel ist dann, okay, traue ich mir das selber nicht zu. Oder beurteile ich mich selbst. Selbst selbstbewusste Menschen, die gar nicht so übermäßig laut sind, sagen auf Menschen, die gerne selbstbewusst wären, ich wäre ja auch gerne so, aber das muss man sich erst mal zugeben, Arschloch. So arroganter Sack und so weiter, muss man so laut sein. Das ist oft etwas, also die Frage ist dann immer, wer war in der Kindheit zum Beispiel so? Da gab es bestimmt Menschen, die haben sich auch so verhalten. Die andere Frage ist, welche Eigenschaft oder Verhaltensweise mag ich an diesem Mann oder dieser Frau nicht? Das bitte aufschreiben. Das sind oft nicht nur eins, sondern zwei, drei. Welche Eigenschaft, Verhaltensweise mag ich überhaupt nicht? Was lehne ich ab? Und dann kann man sich selbst auf die Spur kommen und fragen, bin ich vielleicht auch so? Und dann kommt oft ein emotionales, nein, will ich auch gar nicht sein. Ja, also zum Beispiel die unordentliche Tochter, die immer, jeden Tag regen sich Millionen Mütter über Unordnung auf und dann frage ich auch, bist du auch, darfst du auch unordentlich sein? Nein, bin ich auch nicht. Ich sage, vielleicht doch im Keller, vielleicht in deiner Beziehung, vielleicht in deinem Gedankenstübchen ist auch Unordnung. Ja, das heißt, diese Tochter als Beispiel muss den Gegenpart zur ordentlichen, überordentlichen oder nur ordentlich sein wollenden Mutter bilden. Ja, denn da haben wir hier die Balance. Eine Frau oder ein Mann, der etwas extrem sein will, was er aber nicht nur ist, provoziert in seinem Umfeld, dass ein anderer das zeigt, was er an sich ablehnt. Ja, also zum Beispiel, wenn einer sagt, einer hat aggressiven Vater gehabt oder zu Hause sehr aggressives Umfeld und dann hat er gesagt, haben viele Männer gesagt, ich will nie so sein wie mein Vater. Ich will nie gewalttätig sein, ich will nie aggressiv sein, ich bin immer lieb, brav, nett. Gibt es aber bei Frauen, gehen dann ganz brav, nett, nach dem Motto, wütend, Wut kenne ich gar nicht. Diese Menschen sind in hoher Gefahr, sich auf Deutsch zu bescheißen, sich zu betrügen, weil sie die Wut in sich nicht sehen, den Unfrieden und ziehen unfriedliche, aggressive Menschen an. Dazu passt, wenn ich da gleich einwerfen darf, die Frage von Sue, die genau in diese Richtung geht, wie komme ich eigentlich erstmal in die Wut? Bei mir entsteht eher Ohnmacht, Fassungslosigkeit und Trauer, wobei eigentlich oft Wut darunter liegt, denke ich. Eine Wut, die vermutlich unterdrückt und in der Kindheit nicht erlaubt war, wie du schon gesagt hast. Da vermutet sie richtig. Wenn sie die Ohnmacht spürt, sage ich Fassungslosigkeit, Ohnmacht, Trauer nennt sie, dann sind das die Gefühle, wo ich hingehen kann als, wie heißt es, Sue? Ich schließe die Augen und ich setze mich hin. Besonders, wenn gerade was passiert ist oder vor ein paar Stunden, ich setze mich hin und sage, ich atme und sage dann, alle Ohnmacht, in mir darf jetzt da sein. Und die Ohnmacht, der Körper hört das, die Energien versteht das, alle Ohnmacht darf jetzt da sein. Wenn sie atmet, wird sie innerhalb von ein, zwei Minuten spüren, Starre bis Lähmung. Und das ist gut für uns zu wissen, dass da keiner erschrickt, sondern diese Art Starre, Steifeheit, Lähmung ist körperlicher Ausdruck von Ohnmacht. Ich habe keine Macht. Und da, mir sagen, ich, du darfst da sein. Du bist meine Starre, du bist meine Lähmungserscheinung. Du bist meine Ohnmacht. Jetzt kann ich dich spüren. Und durch dieses bejahende Fühlen von körperlich gesehen, Starre bis Lähmung, Gefühlslosigkeit, Taubheit, all das gehört dazu, löse ich schon, bringe ich Energiefluss hinein, weil ich auf einmal etwas tun kann, was ich als Kind nie tun konnte. Alle Ohnmacht darf da sein. Und in meinen Meditationen, wie negative Gefühle in Freude verwandeln als Beispiel, kann das jeder lernen. Selbst Kinder können das lernen. Ich habe die gerade nicht hier. Meine Gefühle werden meine Freunde. Da heißt Kinder, mit drei, vier Jahren zeige ich, wie man Trauer, Wut oder Angst begegnen kann. In Form eines Tieres. Die Freunde sich mit dem Tier namens Angst an. Das Tier sagt auch, wie es heißt. Ein Name. Das heißt, hier entsteht eine Beziehung zwischen einem Kind, seiner Angst, seiner Trauer, seiner Wut. Ich sage, wenn das Kinder können, dann können das Erwachsene auch. Und dazu möchte ich jeden herzlich ermutigen. Also die Sue wird, wenn sie merkt, ich spüre meine Ohnmacht, wird dahinter Wut zum Vorschein kommen. Und die möchte genauso angenommen werden. Muss das vielleicht sogar manchmal geübt werden? Also ich kenne das auch aus meinem Leben. Leute, die MystikerTV kennen, wissen, in manchen Gesprächen sprach ich schon über meine Fuhlere, nicht ausgedrückte Wut. Hast du sogar. Ich musste dann erstmal lernen, das so zuzulassen. Und dazu passt, und jetzt eine tolle Überleitung, die Frage von Dagmar. Die will wissen, muss Wut raus? Muss Wut nicht erstmal physisch raus, brüllen, ins Kissen, schreien, ausagieren? Denn die gestaute Wut ist ja auch nicht gut. Sie muss nicht raus, wenn einer sagt, ich gehe mal in den Wald und brülle mal, dann ist das so, als wird der Deckel gelüftet. Das tut dann mal gut. Besonders wenn einer Jahre, Jahrzehnte lang nie sich ausdrücken konnte. Da kommt erstmal eine Energie, wo man auch erstmal wieder Angst hat, aber trotzdem. Ja, dazu hilft aber auch, singen zum Beispiel. Überhaupt erstmal Stimme bekommen, mit Stimme etwas ausdrücken. Oder Amateurtheater oder sonst etwas. Verwandeln tut dieses Ausdrücken die Wut nicht. Verwandeln tut die Wut nur dann, wenn ich wirklich bejahend fühle, ja, ich nehme diese meine Wut jetzt fühlend in Besitz. Und dann kann eine Verwandlung kommen. Und dann bekomme ich auch die Kraft. Ich habe eben gesagt, unterdrückte Wut ist gebundene Lebenskraft. Ja, aber die ganzen Themen wie, du musst jetzt mal wochenlang oder seminarweise auf Kissen schlagen, halte ich von gar nichts. Ja, ja, Schreiterapie und all diese Dinge. Ja, das Kissen ist dann, genau, das haben wir gehabt, lange Zeit. Ich habe da so Seminarteilnehmer gesehen, die waren scheiße wütend nach vier Jahren dieses Seminar Wut und Liebe und so weiter. Das kann ich keinem empfehlen, weil das bleibt drin. Ob ich jetzt auf Kissen haue einen Tag und sage, mein Vater, mein Vater, mein Vater, Kissen haue oder mein Vater erschlage. Es geht gegen meinen Vater. Es findet keine Vergebung, kein Friedensprozess. Es ist mein Vater, egal, was er für ein Arsch war in meinen Augen. Er konnte nicht anders, dass es schrecklich war und verletzend war und Missbrauch und all das. Steht keine Frage. Aber der Mensch ist heute, und wir haben in unseren Seminaren viele, viele, die heftige. Ich war jetzt in Wien, 145 Frauen. Da ziehe ich meinen Hut, meine drei Hüte vor, was die Frauen überlebt haben. Und dennoch sind sie in der Lage, diese Themen oft 20, 30 Jahre später heilen zu lassen. Das heißt, wir können Frieden schaffen. Es ist eben auch sicher eine Bewusstseinsarbeit, die dazugehört. Auf der einen Seite zu lernen, die Gefühle wahrzunehmen und dann sich mit der Vergangenheit beschäftigen. Sollte im Grunde jeder, der jetzt nicht in Frieden mit seinem Vater oder seiner Mutter ist, sich das wirklich nochmal anschauen? Ich würde die erste Frage stellen an jeden, ob er jung ist oder alt ist. Bist du eigentlich willens, Frieden zu schaffen? Bist du, entscheidest du dich, ein friedensbringender Mensch zu werden? Entscheidest du dich, die Verantwortung für allen Unfrieden in dir zu übernehmen? Oder willst du weiter das Opfer spielen? Millionen spielen das Opfer. Das haben wir gelernt über viele Jahrhunderte. Ein Schuldiger, das System, die Frau Merkel, die Idioten, die Banken und so weiter. Das ist einfach, ist aber keine Lösung, sondern fördert den Unfrieden. Die Spaltung bei uns. Ein Mensch, der mit Wut nach einem anderen System ruft, soll man da erstmal das System zeigen? Das gibt es bisher nicht. Das System ist nicht die Frage, sondern die einzelnen Menschen in einer Familie, in einem Mehrfamilienhaus, in einer Abteilung, in einer Organisation. Wenn einer mit Wut im Bauch nach Frieden schreit, dann ist der in höchstem Maße unglaubwürdig. Das war damals genauso, wie wir gegen den Vietnamkrieg gekämpft haben und mit Wut im Bauch Ho Ho Chi Minh einem später erkennbaren Massenmörder gehuldigt haben. Das heißt, wer mit Wut auf der Straße nach Gerechtigkeit und Frieden schreit, das ist kein Friedensbringer, sondern ein Brandstifter, wie wir es in Hamburg gesehen haben. Ich meine, es ist ja schon sehr weit verbreitet, auch zum Teil erstaunlich, wie viele Menschen, ich habe einige gute Freunde, die trotzdem sich unglaublich aufregen über die da oben. Und natürlich, es ist immer beides. Es mag schon auch eine berechtigte Kritik sein an manchen Gegebenheiten, die es vielleicht noch zu verbessern gilt. Aber trotzdem, vieles ist immer auch Koalition. Wir haben ganz viele, wie man ganz salopp sagt, Sauereien in diesem System. Natürlich haben wir ein Arm-Reicht-Verhältnis, was unverhältnismäßig ist. Wir haben viele Dinge, nur die meisten benutzen. Wir benutzen die sogenannten Ungerechtigkeiten des Systems, um ihren ganz privaten, eigenen, persönlichen Unfrieden wegzudrücken und einen Schuldigen zu suchen. Das heißt, wenn es in der Firma geht, wir haben viele vorgesetzten Themen, ich glaube, da haben wir auch ein paar Fragen zu, dass der Vorgesetzte, der Chef, die Chefin, der Arsch oder auf Deutsch die Arschin ist, angeklagt wird, weil wir haben auch das Bossing, das wurde auch genannt, Bossing im Sinne von Schikane durch den Chef. Ich sage, alle Themen, Auseinandersetzung, Konflikte, die ich mit einem Vorgesetzten habe, entsprechen der Struktur, der Elternstruktur. Der senkrechten Elternstruktur, deine Eltern hatten 10 bis 20 Jahre Macht über mich. Und wenn das nicht gelöst ist, dann muss ich das wiederholen im Betrieb. Konflikte zwischen Kolleginnen und Kollegen sind Spiegelbild von Geschwisterkonstellationen. Denn ich musste mit meinem Bruder, mit meiner Schwester um die Rivalität, um die Aufmerksamkeit und Liebe rivalisieren. Das fand ich, wer dich anwerfen darf, sehr interessant, weil ich kenne es von manchen Psychologen, da wird immer gesagt, ja, Vater, Mutter ist das Wichtigste, ja, mit Schwester, Bruder ist nicht so wichtig. Aber es ist eben auch... Extrem, das weiß jeder, wir wissen auch, sobald es was zu Erben gibt, dann ist das sehr aufdeckend, ob da Frieden ist oder ob da nur ein stillschweigendes Abkommen war. Ja, das ist extrem, das kann man verstehen. Ich frage immer Menschen, hast du ein Geschwister gehabt, das nach dir geboren worden ist? Und dann sagen die, ja, ja, und ich frage dann, und bist du noch im Unfrieden mit? Und die, sagen wir mal, 60, 70 Prozent derer, die nach ihnen ein Geschwister hatten, haben bis heute noch Spannung. Ich selbst habe eine 80-jährige Schwester und eine 78-Jährige, die haben bis heute noch nicht ein Herz und eine Seele. Ja, das heißt auch, acht Jahrzehnte, da sage ich wieder, die Zeit heilt nicht, die Zeit heilt keine Wunden, sondern egal, ob du 20 bist oder 70 bist, du darfst diese Verantwortung für den Friedensprozess, für den Vergebensprozess übernehmen und er fängt an bei dir. Denn nochmal, die Ur-Ur-Ursache für den Unfrieden in der Welt ist der Unfrieden von mir mit mir und meiner Vergangenheit. Und diese Vergangenheit hat sich abgespielt eben mit Vater, Mutter, Bruder, Schwester. Ja? Ja, ja. Dazu passt auch diese Frage ganz gut zum Thema Mobbing. Mein Chef ist ungerecht und aggressiv. Dies erinnert mich an meinen Stiefvater. Ich habe Angst vor meinem Chef. Genau. Was kann ich tun? Ja. Die Situation, das Verhältnis geht um das Verhältnis zum Stiefvater, nicht um den Chef. Der Chef ist das heute die Wirkung davon. Der Stiefvater war aggressiv und sonst was, da ist Angst in dem Mädchen gespeichert. Sie darf als heutige Frau durch die Meditationen besuchen, das kleine Mädchen in dir oder befreie das Kind in dir, zu diesem, ihrem kleinen Mädchen, zu ihrer Vergangenheit hingehen, in den Körper ihres kleinen Mädchens, das sie damals war, gehen und diese Angst als erwachsene Frau nochmal durchfühlen. Ja? Dann kann das, dann wird das verwandelt. Wenn sie so viel Angst hat, sollte sich eine Therapeuten, Transformationstherapeutin nehmen für ein, zwei Sitzungen. Dann merkt sie das. Ja? Sie wird nicht drumherum kommen, den Klärungs- und Friedensprozess A mit sich, mit dem kleinen Mädchen und mit dem Stiefvater zu machen und dann ändert sie ihre Resonanz. Ja? Dann kann sie entweder einen anderen Job haben oder der Chef ändert sich oder sonst etwas. Das ist genauso wie beim Beziehungspartner. Wenn einer sich ändert in einem Energiesystem, kann der andere nicht gleich bleiben. Etwas passiert da, etwas löst sich da. Also das ist ein ganz klassisches Beispiel. Chefs nochmal sind in aller Regel Spiegel, Funktion oder Stillvertreter von Väter. Außer, und die Mutter war zu Hause der Sheriff. Ja? Dann ist auch die Mutter, kann ja auch einen Menschenchef haben und der spiegelt mir das, was ich mit meiner Mutter bis heute nicht, diese Ohnmacht, ja wenn einer aggressiv ist, dann ist das eine. Nee, ich komme nicht zum Zuge oder ich bekomme nicht seine Aufmerksamkeit. Das sind die zwei Dinge. Ich darf nicht ich sein oder ich bekomme von meinem Vater nicht die Anerkennung, bravo, schön Sohn, schön Tochter, das hast du gut gemacht. Wir geiern quasi als Kinder nach positiver Aufmerksamkeit, nach Lob, nach Liebe, Wertschätzung, Anerkennung. Und unsere Eltern konnten uns das selber nicht in großem Maße geben. Aber das Kind in uns geiert, sucht nach wie vor, auch nach 20, 30 Jahren, außer wir geben es ihm, sucht im Außen, ja, nach dieser Anerkennung. Wir versuchen von Partner und Partnerin genau das zu bekommen oft, was wir von Eltern nicht bekommen haben. Die Lösung ist, ich als erwachsener Mann, als erwachsene Frau kann mir heute das geben, weil ich ein Herz habe, das lieben kann. Ich kann mir Zeit nehmen für mich, ich kann mir Anerkennung geben, ich kann mit mir und meiner Vergangenheit in Frieden kommen und mich anerkennen. Auf der Grundlage der Erkenntnis, ich habe es in jedem Moment so gut gemacht, wie ich es konnte. Die biete ich immer wieder an und wenn du weiter Recht haben würdest, nein, hätte ich können, ich sage, heute könntest du anders. Damals konntest du nicht, dein Vater auch nicht, dein Bruder auch nicht, deine Schwester auch nicht, dein Ex-Bandard auch nicht. Und das ist eine friedensstiftende Haltung. Die kann ich jedem empfehlen. Sehr schön, eine Fülle an Wissen bereits in dieser halben Stunde. Ich bin beeindruckt und finde es auch wirklich toll. Und wenn Sie sich nicht alles merken konnten, Sie werden das Video nachträglich noch sehen können auf YouTube, auf der Lidlange. Ja, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Es gibt, wie gesagt, die Meditation dazu, die haben wir auch auf dem Download da. Ich kann nur sagen, Rosenkrieg oder endlich Frieden. Das ist die Meditation für Partner und Ex-Partner, selbst wenn es kein Rosenkrieg da ist. Das ist die Begegnung mit dem Ex-Partner, wo ich feststellen kann, in diesem Ex-Partner ist genauso ein kleiner Junge oder kleines Mädchen, wie in mir ein kleiner Junge oder kleines Mädchen ist. Und das berührt das Herz. Wenn ich sobald ich das sehe, selbst beim Chef, kannst du wieder die Arschengel-Meditation machen, siehst du, da ist ein kleiner Junge. Der will es gut machen. Der hat Angst. Und wenn einer laut auftritt, wenn einer laut und aggressiv auftritt, dann sage ich dir, der ist bis oben hin voller Angst. Aggressive Menschen sind voller Angst und rufen letztlich nach Liebe, nach Anerkennung. Und da kommen noch ein paar Fragen. Ja, rufen wir nicht alle nach Liebe. Das ist wahrscheinlich letztlich das, worum es geht im Leben. Und die Lösung heißt, ich gebe mir die Liebe. Zu begreifen, ich habe ein Herz, das ein Generator von Liebe ist. Dass ich mich lieben kann. Das hat mit Narzissmus, Egoismus nichts zu tun. Diese Welt sehe vollkommen anders aus, wenn Menschen sich endlich selbst die Anerkennung geben würde, die Liebe, Geduld, Zärtlichkeit, sich selbst zuhören und Zeit für sich. Und so setzen wir uns vor den Fernseher oder versuchen, vom Partner bejubelt zu werden, bespaßt zu werden. Also es lohnt sich, diese innere Arbeit. Absolut. Hier eine Frage von Diana. Es geht um Befreiung von der Mutter. Wie kann ich mich von meiner Mutter befreien? Ich bin erwachsen und sie sagt mir immer noch, was ich zu tun habe. Ja, das ist das kleine Mädchen. Diese kleine Mutter kann diesem kleinen Mädchen, der kleinen Diana, der Großdianer sagen, machst du das, machst du das und kleine Diana stetschdramm. Es ist die Angst. Sie ist bisher nicht Großdianer, hat diese kleine Diana bisher nicht in Meditation gesehen, an die Hand genommen, ins Herz genommen, mit ihr geredet. Wir können heute Mutter und Vater dieses Mädchens werden. Und das verändert unsere Resonanz. Das heißt, ich kann die Angst der kleinen Diana für Diana, für die Kleine fühlen. Und dann kann, dann ist dieser Knopf, an dem die Mutter greifen kann, mit dem sie Macht über die große Diana aussieht, der verschwindet. Wenn ich selber bei mir angekommen bin und ich habe keine Angst mehr vor der, Angst vor der Mama. Ja, die kleine Diana, solange sie nicht von der Großen wirklich gefühlt wird. Ja, ich kann die Meditation machen. Einmal das innere Kind und meine Mutter und ich empfehle ich der Diana. Da sind drei Meditationen drauf und die dritte ist eine Begegnung mit der Mutter im inneren Raum und die löst und löst und löst und sie wird merken, innerhalb von zwei Monaten, ein, zwei Monaten schon, dass die Mutter nicht mehr greifen kann und nicht mehr dies so spontan auslösen kann, sondern dass sie souveräner wird, dass sie Abstand bekommt, dass sie in die eigene Größe kommt. Ja, deswegen, liebe Diana, mach die Meditation, meine Mutter und ich. Du kannst auch mit der Arschengel anfangen, aber wenn du dieses kleine Mädchen in der Mutter siehst und deine kleine Diana entdeckst und sie ins Herz nimmst, dann bist du im Wachstumsprozess zu der souveränen Frau. Und das trifft dann nicht nur die Mutter, sondern auch andere erwachsene Menschen zu. Jemand kann dann nicht mehr die Macht über dich übernehmen. Klar. Ich will ausüben. Ja, ein bisschen was zu den Gefühlen an sich. Da kamen drei Fragen. Zunächst einmal von Peter, der wollte wissen, sind alle negativen Gefühle, also Wut und Hass und so, wirklich durch frühere eigene Erlebnisse entstanden? Ja, nimm mal die negativen Erlebnisse einfach nicht bewerten, sondern sie sind die unangenehmen Emotionen. Ja, das habe ich gesagt. Ja, die meisten sind von uns selber, wie ich eben sagte, erschaffen worden, allerdings sind eine Menge Emotionen auch von Mama und Papa übernommen worden. Ich behaupte sogar, über Generationen werden manche Dinge wie zum Beispiel Schuldgefühle, ja, Schuldgefühle einer Gruppierung, die sich immer schuldig gefühlt hat, übergeben, auch bei uns, nach dieser, unserer Geschichte, unserer jüngsten Geschichte, werden Schuld und Scham und sonstige Gefühle auch übertragen. Das heißt, wenn ich einen Vater habe, der, oder eine Mutter, die sich sehr schuldig gefühlt hat oder kleinmütig gefühlt hat, dann ist es sehr häufig so, dass, oder auch Leidensenergien, dass das Kind sagt, ich übernehme von dir, wie auch Haustiere Krankheiten übernehmen, ja, Hunde und Katzen, so übernehmen auch kleine Kinder ganz unbewusst Dinge, um Papa oder Mama zu entlasten. Das ist eine Quelle. Die Hauptquelle bleibt für mich allerdings meine eigenen Gedanken und Überzeugungen. Eine Überzeugung zum Beispiel, Liebe bedeutet Schmerz oder diese Welt ist unsicher, ja, wenn ich das grundsätzlich, ich höre es von Mama, Papa, die Unsicherheit, die guckt im Fernsehen, sagt, das ist die Welt, guckt das an, ein Chaos, dann habe ich ein Weltbild, heißt Chaos, Kampf, Krieg, unmöglich. Ja, dann fördere und nähere ich die Angst in mir, die Ablehnung dieser Welt gleichzeitig und dann darf ich aber dafür die Verantwortung übernehmen. Viele haben, wie gesagt, heute in einem reichen Deutschland oder Zentraleuropa, in dem wir 72 Jahre keinen Krieg haben, viele sind nicht in der Wertschätzung und Dankbarkeit für Abwesenheit von Krieg. Ja, gestern noch ein, doch wir sind, letztlich sind wir in einem Art von anderen Krieg. Ja, es gibt Terrorismus, es gibt viele Dinge, aber wir haben keine Bombennächte hier und das seit 72 Jahren, das gab es noch nie. Absolut, ja. Die Gewalt ist zurückgegangen, der Hunger ist zurückgegangen, die Bildung ist sehr stark angestiegen, ja. Wir haben heute nicht mehr die dritte Welt wie vor 20, 25 Jahren. Es gibt viele Missstände, aber viele wollen das gar nicht sehen. Sagt, nein, ich will mein schlechtes Weltbild haben, dann kann ich wütend sein und weiter dagegen. Ja, und das ist ein Kleinkindverhalten. Das kann man machen, aber das hat nichts mit Übernahme von Verantwortung zu tun. Ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen nicht gerade die Gefahr, aber wo man es falsch verstehen kann, nämlich man kann ja auch süchtig werden nach einem Gefühl. Also Eva will wissen, wenn ich wütend auf jemanden bin, fühle ich mich so lebendig wie selten. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, süchtig nach diesem Zustand zu sein. Gibt es überhaupt so etwas wie positive Wut, will sie wissen. Wut ist weder positiv noch negativ. Wut ist einfach ein Gefühl, das ich fühlen kann, das ich entweder übertragen kann mit einem Angriff auf andere, von dem ich abrate, weil das gibt mehr Wut. Bitte nicht. Ja, ja. Ich sage, diese Wut bei der Eva, das ist gebundene Lebensenergie und sagt, als Wut spüre ich mich lebendig, aber sonst noch nicht. Sie darf in die Wut hineingehen und mal das Kochende spüren, ohne die Wut auszuagieren. Dann wird sie merken, wie viel Leben in ihr ist. Und dass sie dann nicht mehr wütend sein muss, um ihre Lebendigkeit zu spüren. Das heißt, unsere Natur, natürliche Lebendigkeit, hat mit Wut gar nichts zu tun, sondern mit Freude. Und da darfst du dich mal fragen, wie viel Freude ist in ihrem Herzen. Ich sage, die Menschen dürfen sich entscheiden, wir wollen ja alle glücklich sein, letztlich. Ich glaube, da sind wir uns einig. Nur Glück ist keine Glückssache. Und wenn ich mir ein Leben der Freude erschaffen will, dann darf ich mich wirklich entscheiden. Ich erschaffe mir ein Leben der Freude. Und das haben Sterbende begriffen bei dem Buch, was Sterben am meisten bereuen. Das war ein Punkt. Und der hat mich am meisten überrascht, dass sie sagten, mir war nicht bewusst, dass Freude eine Sache der Entscheidung ist. Heute weiß ich kurz vor meinem Tod, ich hätte mich entscheiden können, ein Leben der Freude zu leben. Ein glückliches Leben. Aber ich wusste es nicht. Und deswegen möchte ich das allen 20-Jährigen und 40- und 80-Jährigen sagen, entscheide dich bewusst. Ich frage immer an meinen Vorträgen, wer kann sich erinnern, sich einmal bewusst entschieden zu haben. Sehr klar, ich wünsche mir, ich will ein Leben der Freude leben. Oder ich will mich für ein glückliches Leben. Und kaum einer kann sich erinnern daran, dann sage ich, dann hast du dich unbewusst für ein Gegenteil entschieden. Übernimm dafür die Verantwortung und mach das nochmal bewusst. Was willst du hier leben? Das ist eine der Grundfragen. Wir sind so aktiv und fleißig und busy und gucken drei Stunden Fernsehen am Tag und machen und machen und tun. Aber nehmen uns kaum Zeit für die wesentlichen Fragen. Die habe ich im Buch geschrieben. Was willst du wirklich? Ich bin schon immer am Blättern, weil das sind so ein paar wirklich sehr gute Fragen. Was soll das Wichtigste sein in deinem Leben? Wie willst du einmal zurückschauen, wenn du aus dem Körper gehst? Was willst du dann für ein Leben gelebt haben? Wofür kann ich mich selbst loben? Und wie oft tue ich es in meinen Gedanken oder Selbstgesprächen im Alltag? Bin ich mir selbst der beste Freund, die beste Freundin auf dem Weg durch mein Leben? Was an dir empfindest du wirklich als zutiefst liebenswert? Frage ich Männer und Frauen. Und dann bleibt das Blatt leer oder der Mensch stumm. Und das heißt auch, ich finde nicht viel. Und das löst aber doch Betroffenheit aus. Wenn du dir sagst, ich finde nichts, was ich an mir liebenswert finde, dann verstehe ich, das tut mir selbst fast weh dann. Aber es ist die jetzige Realität. Ich behaupte, wir sind alle zutiefst liebenswerte Wesen. Nur wir haben gelernt zu glauben, wir seien es nicht. Und diese Diskrepanz, die dürfen wir schließen lernen. Und das geht nur über das Herz. Das geht nicht über die Birne. Du kannst da viele Gründe liefern. Einer und das kleine Kind, der sagt, nein, glaube ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Das heißt, viele wollen im Krieg mit sich bleiben, nur aus reiner Gewohnheit. Darum kommen auch solche Fragen. Ich finde das Wut ganz toll. Wir sind also sehr weit weg bewegt von der natürlichen Freude eines Kindes, das wir alle mal waren. Es ist schön, da zu sein. Es ist schön, wenn ich morgens aufwache. Danke für den neuen Tag. Danke, dass ich einen Körper habe. Danke, dass ich warm und kalt Wasser habe. Danke, dass ich ein Bett habe. Danke, dass ich einen Job habe. Diese Dankbarkeit ist einfach bei vielen überhaupt nicht da. Nach dem Motto, das ist ja selbstverständlich. Als hätten wir ein Recht, das irgendjemand uns beliefert. Mit Wohlstand, mit Job und sonst was. Das ist eine wirkliche Dienstleistung. Nach dem Motto, ja, die Welt hat mir gefälligst, das zu liefern. Sollten wir mal unsere Vorfahren kommen lassen von vor ein paar hundert Jahren und mit denen da reden, dann würden die Zähne rausfallen auf Deutsch. Ja, und wir haben eben alles in uns und da hilft vielleicht auch, sich daran zu erinnern, dass wir in vier Ebenen leben, vier Körper haben. Und da ist eben das Herz und der spirituelle Körper im Grunde das alles umgibt oder aus dem wir kommen. Das wissen die meisten eben noch nicht, dass die Emotionen so stark sind, dass wir auf vielschichtig und vierschichtig sind. Wir haben also Gedanken, dass der Mentalkörper, wenn du ansprichst, dann haben wir Emotionen. Und der Mentalkörper, wenn ich unterbreche, da glauben gerade in Deutschland oft, das ist der Meister, der Verstand. Viele Seminare, Mentalseminare, aber wir haben nicht gelernt bisher, unsere Gedanken auf Wahrheit zu überprüfen. Ich behaupte, fast alle Menschen denken, ein Riesenschrott heißt unwahre, verurteilende Gedanken. Alte Muster, die sich wiederholen. Ja, zum Beispiel über das Leben. Ja, ich sage nur drei Fragen. Was denkst du wirklich und glaubst über dich, über das Leben und über die Mitmenschen? Und wer sich ehrlich das mal ausschreibt, der wird erschrecken und erbleichen, was er für verurteilende Gedanken hat. Das heißt, Gedanken können wir, und Byron Katie hat ein schönes Beispiel gebracht mit The Work, ich kann erstens bewusst machen, was denke ich wirklich. Zweitens, ich kann diese Gedanken auf Wahrheit überprüfen, ob mit The Work oder über mein eigenes Herz. Und kann mich dann für einen wahren Gedanken entscheiden. Zum Beispiel, ich habe viele Fehler gemacht. Der andere Gedanke heißt, ich habe nur wertvolle Erfahrungen gemacht. Im Leben bekommt man nichts geschenkt, haben wir gelernt. Jeder Tag bietet mir viele Geschenke. Das sind andere Gedanken, für die kann ich mir entscheiden. Ich kann mich entscheiden zu denken, dass ich von Haus aus, und jeder andere Mensch auch, von Haus aus gut bin. Das, was da rauskommt, ob Kriminalität, Mord, Totschlag und sonst was, ist nicht unsere Natur, sondern es ist gelernt. Und ich behaupte, die größte Energie unter allem Unrecht ist Angst. Angst der Kinder in Menschen. Auch bei Herrn und Herrn Trump oder Erdogan. Da ist Angst und Ohnmacht in diesen. Und spielen jetzt mal den großen Wüterisch. Es sind ohnmächtige Kinder. Glücklich sieht dieser Trump ja nicht aus, zum Beispiel. Es ist, wie gesagt, es ist keine reife Leistung, aber es ist jetzt da, und diese Zeit der Transformation ist dazu da, dass all diese Unruhe, diese Unzufriedenheit, der Ärger, der Wut, in Menschen hochkommt, damit es sich verändern kann, damit es sehr deutlich wird. Ich sage, bei jedem Einzelnen wird jetzt der Teppich aufgerollt und gezeigt, guck mal, das hast du dir bisher nicht angeschaut. Das heißt, wir werden jetzt sehr, sehr massiv dazu gedrängt, unsere Verantwortung für alles zu übernehmen, was bisher in unserem Leben unter den Teppich gekehrt worden ist. Das heißt, die Leichen aus dem Keller werden jetzt hochgeholt. Dann Unfrieden mit Herrn Bruder, ja, oder mit Stiefvater oder mit Ex-Partner. Das schimmelt nicht vor sich hin und verwestern, wird zu Humus, sondern da sagt das Leben, bitte, du hast vor 20 Jahren dich getrennt. Ja, du bist verlassen worden und du hältst diesen Mann oder diese Frau heute noch für einen Arsch. Aber wenn du es nicht bereinigst in dir, dann wird ein Ersatzarsch kommen und in dieser Wunde noch mal wühlen. Und du sollst sagen, du hast dich ja nicht getrennt von diesen Menschen, sondern von einem gewissen Aspekt in dir selbst. Genau, genau, von einer Wunde. Und der kommt dann und legt seine Finger in deine Wunde, ja, ob das eine ganz einfache Frage ist, wenn der Mann sagt, du, meine Mutter hat aber die Rollade besser gekocht, ja, dann sagt die in der Regel nicht, da freue ich mich aber für deine Mutter, ja, sondern dann geht die hoch, kannst du selber kochen und so weiter, ne, und so. Und das zeigt die Selbstwertschätzung. Wenn ich mich selber selbst wertschätze, dann sage ich, ich habe das gut gemacht, ich weiß, ich bin eine gute Köchin, ja. Und die Frau, die angepisst wird, die kann auch sagen, du, findest du das wirklich witzig, dass du das jetzt sagst? Ja, ich fühle mich da ein bisschen schon verletzt, ne, und das ist etwas sehr Wichtiges, gerade in intimen Beziehungen oder in Familien. Dass ich den Mut habe, mich verletzlich zu zeigen. Dass ich sage, das tut mir jetzt weh. Ne, und dazu brauchen wir Mut, zu sagen, du, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest. Oder das tut mir jetzt weh. Jetzt mal eine Frage dazwischen. Ich habe mal eine Weile mit einem Menschen zusammengearbeitet, war zum Teil Chef, zum Teil Kollege, eine, so. Und da, ich dachte immer, ja, ich rede über meine Gefühle, dann geht's besser. Es hat nicht funktioniert. Nein, heute weißt du, warum. Du hast erst mal über Gefühle geredet. Ja. Ja, was glaubst du heute, warum das nicht funktioniert hat? Wie hast du es gemacht damals? Ich glaube, es war damals noch eine Vaterprojektion auch. Ja, du hast gedacht, wenn du einfach dich öffnest, über Gefühle redest, das finde ich aber toll. Ja, richtig, richtig. Ja, nein, 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 er hat weiter die Vaterrolle gespielt und sagt, was machst du hier, so schwach oder sowas. Ja, genau. Ja, genau. Das ist ein Loser, Loser heißt das, ne? Absolut. Ja, ja. Aber bei einer Partnerschaft finde ich es einfach wichtig, weil es ist ja eine Beziehung auf Augenhöhe, dass ich sagen kann, ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst. Ich möchte mit dir eine Beziehung auf Augenhöhe und ich sehe gerade, ich rutsche gerade in meinen kleinen Jungen rein. Man kann auch sagen, ich könnte dich umbringen im Sinne, ich habe jetzt Wut in mir, aber ich tue es jetzt nicht, weil ich dich liebe. Ja, ich möchte mit dir aber klarkommen und schaue mal, welche Gefühle bei dir sind. In diesem Sinne können Partner über Gefühle reden. Das ist die Chance, dann kommt man sich wirklich näher. Verletzlichkeit ist für mich, ja, Intimität fördern. Haben wir noch Fragen? Aber natürlich. Welche denn? Über Kinder haben wir noch nicht gesprochen, ist auch ein großes Thema, da haben wir gleich zwei Fragen, schauen wir mal, ob man das sogar zusammenbringen kann. Ja, auf jeden Fall. Waltraud sagt, wie kann ich mit den Aggressionen meines vierjährigen Enkels umgehen, also eine Großmutter? Und Anna fragt, wie reagiere ich auf die Wutausbrüche meiner Kinder? Das ist auf zwei Weisen. Erstens, die erste Frage wieder, was lösen die Aggressionen des Enkels in Oma oder Mama aus oder an der Anna? Wir werden sagen, Ohnmacht. Ich fühle mich als vierjähriger Enkel ohnmächtig ausgeliefert, einer Wut. Punkt eins. Das heißt, sowohl Oma als auch Mama dürfen hingehen und anfangen, ihre Ohnmacht zu fühlen. Ja, ihre wirkliche Ohnmacht zu fühlen. Wenn der Enkel vor denen steht und sie sagt, ich kann jetzt gar nichts machen. Ja, dass sie, wenn sie nicht mit dem Enkel zusammen sind, halbwegs mal später, da ist die Situation noch da und sie fühlen diese Stache und diese Ohnmacht. Punkt eins. Zweitens, dürfen Sie sich fragen, wo in dieser Familie, hier Oma mit Enkel, mit wem, wem gegenüber empfindet die Oma Wut? Nicht dem Enkel gegenüber, vielleicht der Tochter, dem Schwiegersohn oder wem gegenüber. Ja, wie ist die Oma, diese Frau und auch die Anna, die Mama bisher mit Wut umgegangen? Darf die Wut zeigen. Enkel und Kinder müssen oft das zeigen, was Papa und Mama oder Oma und Opa sich nie erlaubt haben. Ja, und nie angeschaut haben. Das heißt, auch Kinder sind und Enkel sind aufdeckende Figuren und zeigen die Aggression, die im Familiensystem da ist. Also beide Dinge. Und die dürfen Sie mal schauen und hingehen, ich bin bereit, meine Wut zu fühlen und Frieden zu machen mit dem, mit mir, worauf ich bei mir wütend bin und bei anderen. Der Enkel hat also eine wichtige Funktion, mischt hier die Anna auf und dort die Oma. Ja, und sagt, bitte mach Frieden in dir. Ja, schon. Ja, noch eine Frage zum Kind und zwar eher zum inneren Kind von Grüni, Gini? Grüni oder Gini, ich hoffe. Du fühlst dich angesprochen. Die Frage ist, wie kann das Kind in mir Frieden finden? Ich habe keine einzige gute Erinnerung an meine Kindheit. Ja, das haben viele. Und dennoch gab es meistens welche, das erleben wir immer in Meditationen, Befreiung teile das Kind. Da habe ich eine Meditation, da decken wir positive Erinnerungen auf, da führt das Innere selbst ein zu einer angenehmen Situation in der Kindheit. Und eine andere, da führt man dorthin, wo das Kind anfängt, einen Bruch zu erleben mit sich, mit Vater, mit Mutter und so weiter und anfängt, sich zu verurteilen. Wie war die Frage nochmal ganz, wie kann ich jetzt? Ich habe keine einzige gute Erinnerung an meine Kindheit. Wie kann das Kind in mir Frieden finden? Ja, indem dieses unfriedliche Kind erstmal sieht und wahrnimmt. Indem ich zurückgehe. Wir haben mehrere Meditationen. Das will man vielleicht nicht sehen, aber... Das weiß ich nicht, aber das wäre die Frage an die Frau, zu sagen, der Frieden entsteht durch die Wahrnehmung, die Annahme und das Durchfühlen allen Unfriedlichen. Ja, das ist bei allem so. Ich komme zur Freude durch die Wahrnehmung der Trauer oder der Depression oder was auch immer da ist. Das, was jetzt da ist, in der Frau, in dem Mann, das, was jetzt da ist, möchte gefühlt und wahrgenommen und angenommen werden. Das heißt, alle Wut, alle Angst, alle Scham, alle Kleinheit darf jetzt da sein. Und wir können es körperlich fühlen. Ja, jede Emotion wie Angst spürt sich wie Enge im Hals, in der Brust oder sonst wo. Eine Wut spürt sich nochmal wie Hitze oder Spannung im Kiefer, in den Muskeln, im Bauch Hitze. Und das möchte, das ist nochmal ein Gefühl und eine Empfindung wollen, in der Stille, in der Meditation gefühlt werden und das verwandelt. Die Leute denken immer, dass so eine heiße, heftige Energie wie Wut so irgendwie abgeschossen werden muss. Ja, so eine gleichwertige, heftige dagegen. Nein. Egal ob Kleinheit oder Ohnmacht, Wut oder Hass. Hier, die Liebe unseres Herzens ist der Verwandler. Wir dürfen unser Herz öffnen für den Hass in uns. Auch wenn viele es nicht wahrhaben wollen, die meisten Menschen hassen sich in der Tiefe selbst. Sie lehnen sich ab. Kein Wunder, dass wir in der Welt Krieg haben. Würden wir uns verzeihen, unser Herz öffnen, unsere ungeliebten Teile in uns, wozu besonders unsere Gefühle hören, von Herzen annehmen und durchfühlen, sähe die Welt morgen sofort anders aus. Und dahin geht der Weg. Schön. Und das können wir alle. Ja. Liebe ist der Transformator und jeder kann lieben, wenn er bereit ist, sein Herz zu öffnen. Schön. Wenn wir jetzt Zuseher haben, die sagen, ja, ich habe so viel Leid in mir, ich kriege das einfach nicht hin. Ist es dann sinnvoll, zu einem Beratertherapeuten zu gehen, zur Transformationstherapie zu gehen? Wann ist vielleicht so der Punkt, wenn man für sich selber spürt, ich versuche mal an mir zu arbeiten, aber ich komme nicht weiter? Selbst für drei Sitzungen zu einem Transformationstherapeuten zu gehen, ist extrem sinnvoll. Wir haben ja relativ wenig im Vergleich zu anderen Therapien, viel weniger Sitzungen, ob das hier 10 oder 20 sind. Aber selbst wenn er sagt, ich möchte eine Anleitung haben, ich möchte eine Anleitung haben, um meine Angst zu begeben, meinem kleinen Kind, geht das? Ja. Ich sage, mach drei Sitzungen bei einem unserer vielen 100 Transformationstherapeuten in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Stehen auf der Website, erste Seite anklicken, unten steht Therapeuten und Coaches, deinen Ort eingeben. Und dann kommen die, die in der Nähe sind. Absolut, absolut sinnvoll. Gerade dieses, ich hole mir Hilfe, ist ein Zeichen von Stärke. Den Mut zu haben. Den Mut zu haben, ja. Wie gesagt, ich hätte es mir damals gewünscht, mit 40, 42 hatte ich Panikattacken. Ich habe drei Therapeuten kontaktiert und keiner war in der Lage, trotz Professorentitel, mir zu zeigen, wie man Panik fühlend verwandelt. Gesprächstherapie stattdessen. Schön. Ja, nochmal hier das Thema über Gefühle sprechen. Ich sprach vorhin darüber mit meinem Kollegen und Chef, das hat nicht so funktioniert und es funktioniert eben auch manchmal in der Partnerschaft nicht. Renate fragt, ich spreche mit meinem Partner gegenüber oft offen über meine Gefühle. Er fühlt sich dadurch lediglich manipuliert und kann damit nicht umgehen. Das verletzt mich. Was soll ich tun? Ja, wir dürfen jetzt mal Mäuschen spielen im Geiste, wenn Renate mit ihrem Partner über Gefühle spricht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr Partner sich dadurch völlig überfordert fühlt. Ja, viele Frauen sind näher an ihrem Herzen, näher an Gefühlen und sagen, ich rede jetzt mal, ich rede ich ja und erwarten unbewusst oder bewusst vom Partner. Ja, das musst du doch jetzt mal auch können. Jetzt öffne dich mal. Ich öffne mich jetzt hier so, aber bitte jetzt komm du auch. Und der Partner ist ein kleiner Junge, der ist völlig überfordert. Und die Frage, wenn Renate ihren Partner liebt, dann darf sie vielleicht mal den kleinen Jungen wahrnehmen. Aber den kann sie nur wahrnehmen, wenn sie die kleine Renate in sich wahrnimmt. Nochmal, Partnerschaft kann ich nur den anderen dann verstehen, wenn ich mich so tief verstehe, dass ich das Kind in mir, den kleinen Jungen, das kleine Mädchen, wirklich in Meditation erlebe, wahrnehme und eine Beziehung anfange zu diesem inneren Kind. Das geht nicht, das Kind irgendwie abzuschießen oder in Meditation einmal zu lösen, sondern es geht um eine lebenslange Partnerschaft des Mannes mit seinem Jungen und der Frau mit ihrem kleinen Mädchen. Und dieser Renate würde ich herzlich empfehlen, liebe Renate, anzufangen mal dein Kind wahrzunehmen und dann kannst du den kleinen, ohnmächtigen, überforderten Jungen in deinem Partner wahrnehmen. Das ist so fast wie ein aggressiver Akt nach dem Motto. Jetzt wollen wir mal hier über Emotionen sprechen. Ja, ich gehe jetzt mal in Vorleistung und dann lieferst du das. Er warte ich aber nach. Ich kann mich in diesen Mann gut reinversetzen, dass der überfordert ist. Auch überhaupt das Thema Partnerschaft heißt, oder wir müssen hart an unserer Beziehung arbeiten. Ja, auch. Drei Fragen sind dann sagt No. Ja, und man kann vieles zerreden. Ja. Auch wenn ich dem anderen sprechen möchte, dann frage ich den erstmal, hast du Zeit, wie magst du mir zuhören oder bist du interessiert an mir? Man kann den anderen sehr schnell überfordern und es wird vieles zerredet. Schön. Vielen Dank. Erstmal, was ich in mir löse, auch gefühlsmäßig, das spürt der Partner. Wenn ich meinem Partner zum Beispiel, bringt frischen Wind in meine Partnerschaft, da begegne ich meinem Partner im inneren Raum und das kommt bei meinem Partner an. Das fördert Partnerschaft. Wir haben es oft bei unseren Seminaren, dass sie sagen, ich habe gerade ein SMS gekriegt von meinem Bruder, er hat sich zehn Jahre nicht gemeldet, weil ich gerade mit ihm meditiert habe. Ja, wir sind ja verkabelt. Wir sind im Internet der Liebe, alle verbunden. Toll. Gibt es ja manchmal auch so in Aufstellungen und dann kommt man nach Hause und prüft die Mutter an, das erste Mal nach einem Jahr. Ja, alles, was aus dem Herzen, aus der Wahrhaftigkeit kommt, nicht um zu manipulieren, kommt beim anderen an und der darf und der reagiert darauf. Ja, schön. Ja, auch eine spannende Frage von Petra. Es geht um, ja, manchmal muss ich mich abgrenzen, manchmal muss ich rechtliche Schritte eingehen und das ist aber doch eigentlich... Rechtliche Schritte oder... Gut, sie fragt, genau, ich habe ein erfundenes Vorwort gesprochen. Jetzt, Zitat. Ich stehe vor der Entscheidung, jemanden verklagen zu müssen, der juristisch Unrecht getan hat. Ja. Wie passt das zusammen mit der Entscheidung zu Liebe und Frieden? Beide Ebenen haben ihre Gültigkeit. Wir brauchen hier, solange wir nicht hier erleuchtete Wesen sind, brauchen wir noch ein Strafgesetzbuch. Ja, wir brauchen Ampeln, wir brauchen Paragrafen, wir brauchen ein Gerichtswesen. Aber das hat mit der spirituellen Wahrheit nichts zu tun. Das heißt, wenn mir etwas passiert, was mir ein Unrecht geschieht, dann kann ich natürlich hingehen, wenn mich einer betrügt, ein Vertrag oder sonst was bricht, dann sage ich, ich schalte einen Rechtsanwalt ein. Hierbei empfehle ich immer, mach es sportlich und unpersönlich, im Sinne von, ich nehme das nicht persönlich, was natürlich nicht so leicht ist. Aber das ist die eine Ebene, für mein Recht einzuklagen. Und ich habe es mal beim Mobbing gemerkt, wenn du gemobbt wirst, dann ist das derart komplex und führt selten zu Erfolg, deswegen zum Gericht zu gehen. Sondern hier die wirkungsvolle Variante ist, die innere Wahrheit zu sehen, was macht mich als Mobbingopfer überhaupt bereit. Und da sind wir bei der Selbstliebe. Ich sage, wenn du oder ich mich nicht selbst liebe, wenn ich mich nicht selbst liebe, steht dir bitte, hau mir eine rein. Ich liebe mich nicht. Das heißt, behandel du mich so, wie ich mich behandle. Auf Deutsch, der innere Kritiker wird gespiegelt oder es ist ein Echo im Draußen. Wenn du angepisst wirst und kritisiert wirst, dann frage ich liebevoll, und was tust du in deinen Gedanken dir gegenüber? Das heißt, je stärker ich mich kritisiere, desto mehr Menschen müssen als Echo im Außen auftreten und sagen, du bist doch nicht gut genug. Und wenn ich so ein Kleinheitsgefühl habe, also kein Selbstbewusstsein habe, dann gibt es ja manche Menschen, den siehst du, dass du schon anwendest, aus der Tür reinkommst. Da siehst du, wenn da einer reinkommt mit einem kleinen Selbstbewusstsein. Entferne dich nicht zu sehr von mir, sonst bist du nicht mehr im Bild. Okay, okay. Aber es ist schön, du bist so lebendig. Dann ist das so, als ob du mit dem Kopf unterm Arm kommst und sagst, entschuldigen Sie, dass es mich gibt. Und dann sagen gleich drei von zehn, unser Kandidat. Dem zeigen wir es. Wenn die eigene Kleinheit, das ist ein großes Beispiel, die eigene Angst und Kleinheit und Scham nicht anerkannt wird, dann suchen wir im Außen Menschen, die wir dann den Finger drauf zeigen, guck mal, was ist mit einem Loser. Da muss ich mein eigenes Loserbewusstsein nicht anschauen. Dazu dienen uns die anderen. Aber derjenige bei den Zuschauern jetzt, der sagt, ich möchte aber was tun. Erster Punkt, entscheiden für den Frieden. Zweiter Punkt, wahrhaftig schauen, mit was bin ich in mir, mit mir nicht im Frieden. Drittens, mit wem in meiner Vergangenheit bin ich nicht im Frieden. Und dann systematisch das Buch natürlich dreimal lesen, wie ich es gefressen habe. Ein Buch sollte man mindestens dreimal lesen, bis man es seinem Partner erzählen kann, den Inhalt. Die eine oder andere Meditation machen und liebevoll in diesem Friedensprozess dranbleiben. Meine Empfehlung. Ja, ich glaube, zwei Fragen haben wir mindestens noch Zeit für. Von Mary52. Ist es okay, am liebsten nur noch allein oder mit der Familie Zeit zu verbringen, weil die anderen Nerven oder Knippe drücken? Ja, das wäre natürlich nicht. Wir gehen ins Reservat der nur Liebenden. Und alle anderen sind in einem Stacheldraht draußen. Ja, heißes Bild, das hätten manche gerne. Das geht natürlich nicht, sondern wir sind hier auf unserem Weg. Die kommen aus allen Ecken, kommen die anderen Arschengel trotzdem. Und es ist sinnvoll. Wir sollen jetzt nicht das übertreiben, sagt, die Welt wäre nur noch von Ersch. Sondern es gibt mehr Engel. Es steht natürlich nicht in der Zeitung, kommt abends nicht in den Nachrichten, wie viel Liebe auf der Welt ist. Sie wollen ja nur das Negative sehen. Das heißt, diese, wie heißt sie, Mary? Ich bin immer so schlecht. Der darf ich schon sehr empfehlen, genau da, wo sie sich am meisten drüber ärgert, am meisten drüber aufregt, liebevoll hinzugehen, allein oder mit einem Partner oder Freundin, die sie verstehen, sagen, liebe Mary, was könnte das wohl mit dir zu tun haben, dass du so viele Idioten auf der Welt siehst? Welches Selbstwertgefühl hast? Was lehnst du an dir ab? Welche Schlüsselperson deiner Vergangenheit? Bist du nicht im Frieden mit? Und die wird bei jeder der drei Fragen sagen, oh, komm, hör auf, komm, hör auf. Ja, das heißt, sie wird über diese äußeren Konflikte und Menschen darauf gestoßen, wie viel Unfrieden in ihr ist. Ja, gibt es auch viele im spirituellen Bereich. Ich bin so spirituell, weißt du, diese Erde ist ja alles so doof, die Leute, weißt du, ich bin ja schon so weit, ne? Ich bin auch immer im letzten Leben. Ja, ja, genau. Die Leute dürfen sehr aufpassen, dass sie nicht vom Leben einen in die Fresse kriegen, auf Deutsch gesagt, denn werden dadurch sehr geerdet, sehr schnell, ja? Schön. Ja, und dann nochmal eine friedvolle Frage zum Schluss über den Frieden in der Familie. Wie schaffe ich es, den Familienfrieden herzustellen? Ist das überhaupt möglich, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Die Eltern sind zerstritten. Ja. Das frägt Bentley. Da hören wir raus, da möchte jemand für die anderen etwas tun. Sehr verständlich. Besonders wird, wirst du, Bentley, ein Mann oder Frau, ist egal. Vielleicht eine Vernieglichung von James Bond, ich habe keine Ahnung. Entschuldigung, ich wollte niemanden beleidigen. Das Kind in diesem Menschen wünscht sich vor allen Dingen, mögen Eltern doch nicht mehr streiten. Das wünschen dir alle Kinder. Auch hier. Der erste Person, die diesen Menschen kontaktieren kann, ist das kleine Kind in ihm. Der kleine Junge, das kleine Mädchen in uns leiden am meisten darunter, wenn Eltern sich streiten. Wünschen sich sehnlichst Frieden. Jedes Kind, das empfehle ich jedem Paar, auch bitte allen Alleinerziehenden, sage ich immer, ich hatte jetzt bei den 145 Damen, waren mindestens 40 Alleinerziehende, die sich vom Partner getrennt haben. Und bitte allen Frauen und Männern, auch ganz besonders den Alleinerziehenden, die etwas für ihre Kinder tun wollen, erster Schritt, mach Frieden mit dem Partner, dem Vater des Kindes oder der Mutter des Kindes. Du liebst deine Kinder und viele sagen, ja, für das Kind tue ich es, für den Asch von einem Ex-Partner nicht. Denn wir haben als Kind dieses Spannungsverhältnis zwischen Mama und Papa ist in uns. Und selbst wenn wir 20 sind und 30 sind, leiden wir darunter, wie auch Bentley wahrscheinlich, dass Mama und Papa zerstritten sind. Das heißt, er darf dieses Kind in ihm erstmal ans Herz nehmen und sagen, ich bin mit dir nicht verstritten, ich liebe dich. Das heißt, du bekommst von mir erstmal all das, was Mama und Papa uns nicht geben konnten. Ja, das ist der erste Schritt. Und dann kann er oder sie mit meiner Mutter, meinem Vater, das empfehle ich sehr, ich empfehle mit dem Vater anzufangen, weil der Vater die kleinere Nummer ist, mit der Mutter sind wir in weit höherem Maße verstrickt, erst mit dem Vater mal ein, zwei Monate, einmal die Woche diese Meditation machen und danach zur Mutter übergehen. Auch hier muss er den Papa, Mama nicht kontaktieren, aber da er, Bentley oder sie, ein Teil des Familiensystems ist, wird das sehr segensreiche Auswirkungen auf Vater und Mutter auch zwischen beiden haben. Ja, das kann ich herzlich empfehlen. Wunderbar. Ja, das heißt, wir können wirkungsvoller arbeiten, ohne dass wir die Leute sehen. Es hat eine Wirkung, es hat so oder so eine Wirkung. Und ich bin auch nicht der Meinung, der sagt, ruf deine Mutter an und sag, wir müssen reden. Ja, dann kommen manche so aggressive Fragen, sag mal Mutter, wolltest du mich eigentlich haben? Ja, mein Gott, die arme Mutter, was soll die sagen? 75 Jahre und sagen, ich wollte dich nicht abtreiben oder sowas. Völlig überfordert, genau wie der Ehemann. Sondern erst mal im Innen arbeiten, Nähe schaffen, fühlen, was fühlt die Mutter heute? Das Kind, das mit der Mutter, auch das Kind der Mutter sehen. Und das macht das Herz so offen, wenn ich dann in meinen Meditationen, wie gestern Abend auch, wenn die am Ende den Strand des Friedens sehen und dann lasse ich die Eltern kommen mit ihren Kindern und ich komme mit meinem Kind, das ist sehr aufweichend, herzberührend. Und das öffnet den Weg für Frieden. Schön. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Robert. Schon ist die Stunde vorbei. Ging aber schnell. Ja, also sehr lebendig, sehr spannend, wunderbar. Du warst auch der erste Gesprächspartner, der hier zwischendurch ein bisschen herumgelaufen ist. Finde ich auch toll. Das ist die Lebendigkeit. Und ich glaube, der Kameramann hat das super aufgefangen. Nein, meine Damen und Herren, das war es. Vielen Dank, Robert. Sehr gerne. Ich habe echt noch einiges gelernt. Sehr, sehr schön. Danke dir für das. Und wenn Sie das nochmal sehen wollen, wie gesagt, es wird auch auf der Lidlounge später als Video zu sehen sein, auch auf YouTube. Ihr könnt natürlich gerne noch Kommentare hinterlassen. Ich hoffe, es hat euch, es hat Ihnen gefallen. Und lesen Sie ruhig nochmal nach. Da steht alles drin. Sehr lebendig geschrieben. Sehr spannend. Dann sage ich einen wunderschönen guten Abend euch. Alles Gute. Hier ist die Abschlusskamera. Bye, bye. Und vielleicht bis zum nächsten Webinar. Danke fürs Zuschauen.